Herzlich Willkommen in Zellerm See und ich möchte direkt einsteigen, ein bisschen was aufholen jetzt von der Zeit in das Thema. Und zwar ist es ein Teilaspekt aus dem Vortrag von Herr Professor Kaufeld, und zwar welchen Einfluss an Geldmittel mit einem sehr hohen Thema an Toggleit auf Flüssiger und Verdammung. Ich beginne also mit einem ganz kurzen Grundlagenteil, den möchte ich so kurz wie möglich halten, einfach nur, damit wir das selbe Verständnis von Temperatoren im Drücken haben, worüber wir reden, wie die gezeichnet sind. Da sage ich Ihnen kurz ein bisschen, was sind die Herausforderungen der neuen EU-Verordnung tatsächlich auf Flüssiger und Verdammung und noch ein paar Grundlagen zu den CO2 und Kellenückeln gemischen, Maus- und Temperaturkleid und so weiter. Der Hauptteil ist der zweite Punkt, nämlich was ist der Einfluss des Temperaturkleids auf unsere Geräte, auf die Werbüberfragung, wie wirkt sich das aus und welche Konsequenzen hat es gegebenenfalls für die Anlage oder sogar für das Kühlgut. Und abschließend, auch das hat Herr Professor Kaufeld bereits erwähnt, will ich Ihnen gerne noch die Mitteltemperaturmethode vorstellen, wie funktioniert die, wie wird die angewendet und was macht die Auslegung mit der Mitteltemperaturmethode besser als die herkömmliche Auslegung. Also ich beginne mit den Grundlagen. Dieses Diagramm hat jeder von Ihnen bestimmt in den letzten Monaten mehrfach gesehen. Ich will gar nicht mehr darauf eingehen. Sie sehen das sogenannte Face-Down-Szenario aus der neuen EUF-Klasse-Verordnung. Wir sind nur zwei Punkte an der Stelle wichtig. Zum einen ist es dieser GDP-Grenzwert von 2500, der im Jahr 2020 ergreifen wird für die Errichtung von Neuanlagen. Und der zweite Punkt ist der erste dramatische Einschnitt um 37 Prozent im Jahr 2018. 2018 ist also morgen. Und es ist wichtig, dass wir da alle jetzt an einem Strang ziehen, um diese Ziele zu erreichen. Um diese Grenzwerte einhalten zu können, gibt es für die Branche genau zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, Sie setzen Kältemittel mit einem niedrigen Global Warming Potential ein. Ganz klar. Dazu zählen also neben den naturlichen Alternativen CO2, NH3, Propan, Wasser, alles was wir bereits gehört haben, auch neue synthetische Kältemittelgemische, die geringere GWPs haben, also die sogenannten Low-GWP-Alternativen. Wie Sie hier schön sehen können, ist der Anlagen-GWP einfach nur ein Produkt aus Kältemittelfüllmenge und Global Warming Potential. Die 1000 ist nur ein Umrechnungsfaktor zwischen Kilogramm Kältemittelfüllmenge und CO2-Äquivalent in Tonnen. Da es ein Produkt ist, ergibt sich direkt die zweite Variante, wie man die Grenzwerte erreichen kann, nämlich die Kältemittelfüllmenge reduzieren. Auch darüber haben wir schon was gehört und werden noch weiteres hören am heutigen Tag. Was uns also dazu bringt, dass Verflüssiger und Rückkühler mit kleineren Rohvolumen, also kleineren Kampferdurchmessern, in der Zukunft immer mehr zum Standard werden. Die brauchen dann gleichzeitig eine höhere Effizienz, damit sie die Leistung wieder erreichen können. Und der zweite Punkt ist, dass so ziemlich alle Wärmeübertrager, also Verflüssiger und Luftkühler in Zukunft mit den neuen synthetischen Kältemittelgemischen betrieben werden, die, wenn sie in vier vorne dran stehen haben, also aus der vierer Reihe sind, zehn tropft sind, das heißt ein hohes Temperaturkleid haben. Und diese Herausforderungen müssen wir uns als Branche oder ganz besonders hier als Gündner, als Wärmeübertragehersteller eben stellen. In meinem Vortrag werde ich heute nur auf diesen Kältemittelkleid-Aspekt eingehen, hierzu hören wir später mehr. Wenn man sich mal in Übersicht alle dieser vierhunderte Kältemittel anschaut, das sind jetzt beispielsweise alle vierhunderte Kältemittel, die Sie heute in unserer Ausweissoftware finden, mit denen Sie also Geräte auslegen können, dann stellen Sie fest, ich habe hier mal aufgezeigt, das mittlere Temperaturkleid. Es gibt also welche, die haben einen sehr hohen Kleid von knapp acht Kälten. Es gibt aber auch R410A, da ist der Kleid also vernachlässigbar geliehen. Ich habe dazu noch das Global Warming Potential aufgeführt und all jene Kältemittel rot markiert, deren GWP über 2500, also über der Grenze, die im Jahr 2020 greift, liegt. Wenn Sie vielleicht mal auf die Zahlen schauen, könnte Ihnen auffallen, dass alle die, die rausfallen, in der Regel einen kleinen Temperaturkleid haben und die eher ein kleines GWP haben, die haben einen hohen Temperaturkleid. Das sieht man jetzt in der Tabelle schlecht, deswegen habe ich mal eine Grafik draus gemacht. Auf der Abszisse unten ist der mittlere Temperaturkleid in Kälten aufgeführt. Die Ordinale zeigt also den GWP des jeweiligen Kältenmittels und die Blasengröße im Diagramm repräsentiert ebenfalls den GWP. Was Sie sehr schön sehen, ist, dass oberhalb dieser Grenze von 2500 können sich 2020 keine Kältemittel mehr einsetzen. Diese Kältemittel, die da waren, namentlich besonders R404A, die hatten einen kleinen Temperaturkleid. Alle zukunftsfähigen Kältemittel, und Sie sehen hier richtig schöne Linien runtergehen, je niedriger der GWP, desto höher das Temperaturkleid. Das heißt, das wird uns in Zukunft also alle betreffen. Warum haben jetzt aber zähltrofe Kältemittelgemische überhaupt ein Temperaturkleid? Ich will das jetzt nur ganz vereinfacht darstellen, und zwar am Beispiel von R449A. R449A ist also ein Kältemittelgemisch aus vier Komponenten zu annähernd gleichen Masseprozenten. Was diese einzelnen Gemische allerdings unterscheidet, ist ihr Normalziegepunkt, und der ist sehr unterschiedlich, also deutlich unterschiedlich. Die tiefsiedendste Komponente R32 hat einen Normalsiedepunkt von minus 52 Grad Celsius, und die am höchsten siedendste Komponente R349A von minus 26. Also zwischen diesen beiden liegen schon 26 Kelvin. Was dazu führt, wenn Sie dieses Gemisch verdampfen, ganz vereinfacht gesprochen, wenn Sie das Gemisch verdampfen, verdampft zuerst die Komponente, die am tiefsten siebend ist, und dann immer mit steigendem Siedepunkt die Komponenten nacheinander, also Sie verdampfen gleichzeitig, aber ganz vereinfacht besprochen nacheinander. Das führt dazu, dass die Verdampungstemperatur beim Durchschreiten des Verdampfers ansteigt. Bei einem Verflüssiger funktioniert es genau umgedreht, weil wir durchschreiten ja das Parapet-Diagramm in umgekehrter Reihenfolge. Die am höchsten siebendste Komponente wird zuerst verflüssigt, und zum Schluss die, die am tiefsten siebendsten ist, was dazu führt, dass ein Verflüssiger die Verflüssigungstemperatur allmählich abnimmt. Im Hallopäldiagramm sieht es dann so aus, die Temperaturlinien verlaufen also nicht mehr parallel zu Isobare, sondern schräg. Die Tauchungtemperatur ist immer höher als die Siedetemperatur, und der Unterschied dazwischen, das ist das Temperaturkleid. Ein interessanter Nebenaspekt ist, ich hatte hier den mittleren Temperaturkleid aufgezeigt, wenn man ein bisschen tiefer reingeht und schaut sich mal den Temperaturkleid bei unterschiedlichen Temperatur- oder Druckniveaus an, dann stellen sie fest, dass also bei einem Verflüssiger, also Tauchungtemperatur von 45 Grad Celsius, der Temperaturkleid niedriger ist als bei einem TK-Verdampfer, bei einer Tauchungtemperatur von minus 30 Grad. Also ganz einfach gesprochen, in einem Hallopäldiagramm, hier oben verlaufen die Temperaturlinien sehr flach, und hier unten werden sie immer steiler. Das bedeutet allerdings auch, dass der Temperaturkleid auf einen TK-Verdampfer einen höheren Einfluss hat, als beispielsweise auf einen Verflüssiger. Kann man sich im Hinterkopf behalten, also der Kleid ist nie gleich, er hat unterschiedliche Auswirkungen. Aber was ist jetzt genau der Einfluss des Temperaturkleids, wie wirkt es jetzt also auf einen Verflüssiger und Verdampfer? Ich beginne mit dem Verflüssiger. Wenn Sie einen Verflüssiger auswählen, dann erfolgt es neben einigen anderen Kriterien, wie beispielsweise Schalldruckpegel, Abstellfläche oder vielleicht auch Markennamen des Herstellers, aus thermodynamischer Sicht nach Leistung und Temperaturdifferenz. Und zwar der Temperaturdifferenz zwischen Verflüssigungstemperatur und Lufteintrittstemperatur am Verflüssiger. Dieses Delta-T hat wiederum, also mit diesem Delta-T legen Sie also die Rahmenbedingungen fest, die indirekt wirken auf die mittlere Temperaturdifferenz, die am Wärmeübertrage wirkt, nämlich das Delta-Teta-M. Die Leistung, die Verflüssigungstemperatur und die Lufteintrittstemperatur, die geben Sie also in unsere Ausweihsoftware ein und Sie legen damit den Rahmen. Die Software gibt Ihnen dann ein Gerät mit dem richtigen K mal A-Wert heraus. Das bedeutet, dass das Delta-T, was Sie dort eingeben, direkten Einfluss auf die Größe des Verflüssigers hat. Großes Delta-T, kleiner Verflüssiger, kleines Delta-T, großer Verflüssiger. Ziemlich einfacher Zusammenhang. Wenn Sie sich jetzt fragen, für welches Delta-T und welchen Delta-T-Bereich sollte ich jetzt auslegen, dann hat der Verband der Deutschen Maschinen- und Anlagenbauer eine Antwort für Sie. Dieser hat nämlich ein Einheitsblatt erlassen, vor einiger Zeit, seit vier Jahren, bereits gibt es das, und zwar die 24-24-7 Teil 8, an denen auch Günther mitgewirkt hat. Und da geht es in Teil 8 um die Komponenten, also die Wärmeübertragung und wie werden die unter diesen Aspekten der Energieeffizienz von Kälteanlagen richtig ausgelegt. Und dann hat man festgelegt, zwischen 8 Kelvin und 13 Kelvin soll also dieses Delta-T betragen. Schauen wir uns beispielsweise eine Auslehmung eines Verflüssigers für 404a und einen Delta-T von 10 Kelvin an. Delta-T 10 Kelvin bedeutet, wir haben den Verflüssigungsbeginn von 45 Grad Celsius und eine Lufteintrittstemperatur von 35 Grad. Und dann würde unser Programm Ihnen beispielsweise dieses Gerät wählen mit der Fläche von 25 Quadratmeter. Wenn wir dasselbe Gerät jetzt berechnen mit R449a, mit demselben Delta-T und derselben Fläche, also es ist dasselbe Gerät, nur ein anderes Kältemittel, dann stellen Sie fest, dass das Gerät mit 449a Betrieben 17% Minderleistung hat. Und jetzt ist die Frage, warum ist das so? Ist das Kältemittel schlecht? Liegt es an anderen Gründen? Und da möchte ich gerne einsteigen und würde Ihnen das gerne aufzeigen. Ich gehe also wieder zurück in ein Hallopädiagramm. Wir befinden uns hier oben im Bereich des Verflüssigers. Und unser Beispiel war, einen Verflüssiger zu finden für R410a mit einer Leistung von 10 Kilowatt bei einer Verflüssigungstemperatur von 45 Grad Celsius. 45 Grad Celsius bedeutet nach Norden, dass hier die Taubungstemperatur als Verflüssigungstemperatur gesetzt wird, als Bezugspunkt. Und zu dieser Temperatur gehört im Fall von R404a ein Druck von 19,44 Grad Grad. Am Austritt des Verdampfers, also die Siegtemperatur, in dem Fall beträgt bei 404a 44,7 Grad. Das heißt, 404a hat den Temperaturgleit von 0,3 Kelvin. 0,3 Kelvin hat also viele Jahrzehnte, sag ich mal, seitdem es HW62, also 404a gibt, keinen interessiert, weil es so gering ist, dass es tatsächlich praktisch keine Auslogungen hat auf den Werkenübertragern. Bei 4,49a allerdings ist die Aussitztemperatur jetzt schon 40,5. Der Temperaturgleit ist mit 4,5 Kelvin 15 Mal so hoch wie bei 404a. Und da beginnen wir also langsam direkte Auswirkungen auf den Verflüssiger zu haben. Und das könnte ja der Grund sein, warum wir da diese 17% Minderleistung haben. Um den Wirkmäßigungssystems darstellen zu können, gibt es jetzt dieses Temperaturortdiagramm. In diesem Temperaturortdiagramm sehen Sie also in der hohen Linie dargestellt, das ist der Temperaturverlauf des Kältemittels und hier blau dargestellt, der Temperaturverlauf der Luft. Das Kältemittel tritt also ein mit 75 Grad Celsius, als überhitztes Gas, wird enthitzt. Und hier an diesem Punkt beginnt die Verflüssigung, Taubungtemperatur und hier hinten endet die Verflüssigung. Die Luft tritt ein mit 35 Grad Celsius, also das sind wieder genau diese 10 Kelvin Delta T und wird erwärmt. Wenn man die Fläche zwischen beiden Temperaturen integrieren würde, dann erhalten Sie genau die mittlere Temperaturdifferenz, die am Verflüssiger wirkt und dieses Delta Theta M. Und der Bezugspunkt für die Verflüssigungstemperatur, das hatte ich im Halle-B-Diagramm erwähnt, ist immer die Taubungtemperatur. Das ist ein Diagramm für einen idealen Verflüssiger mit einem Einstoff-Kältemittel. Idealer Verflüssiger, kein Druckverlust, Einstoff-Kältemittel, kein Temperaturgleich. Also hier im Zweiphasengebiet bleibt die Temperaturen bei 45 Grad. Das bedeutet, dass diese rot gestrichelte Linie irgendwo das Ideal darstellt, was man idealerweise erreichen könnte. In der Praxis schaut es so aus, Verflüssiger haben einen Druckverlust, deswegen hier für ein Einstoff-Kältemittel der Temperaturverlauf für einen Verflüssiger mit Druckverlust. Druckverlust bedeutet, dass am Ende des Verflüssigers der Druck also geringer ist als am Eintritt. Somit sinkt auch die Kältemittel-Temperatur. Allerdings ist der Effekt hier so gering, dass ich ihn tatsächlich so blinkend markieren musste. Es sind nur wenige Grad Kältin. Und uns bleibt aber nur die grüne Fläche als mittlere Temperaturdifferenz übrig. Das heißt, der Druckverlust geht uns verloren als Leistung. Wenn wir den Verflüssiger mit dem Druckverlust, also den idealen Verflüssiger jetzt mit einem C-Tropen-Kältemittel betreiben, dann schaut der Temperaturverlauf jetzt so aus. Wir haben vorhin gelernt, dass sich die Verflüssigungstemperatur beim Durchscheiden absenkt. Das bedeutet, hier hinten raus, dieses ganze Dreieck geht uns jetzt also weiterhin oder noch zusätzlich als treibende Temperaturdifferenz verloren. Und das ist genau der Punkt, wo wir die 17% Leistung verloren haben. Denn hier hinten ist das Delta-T einfach viel geringer. Als kurzes Zwischenfazit bedeutet das also, dass der Temperaturgleid dieser Kältemittel zu einer Verringerung der Temperaturdifferenz am Physiker führt, was nach K-Mann-A-Mann-Delta-T dazu führt, dass die Leistung sinkt. Da kommen die 17% her. Wenn Sie jetzt trotzdem die 10 kW installieren wollen, wovon ich also ausgehe, müssen Sie also einen Verflüssiger wählen, der größer wird. Da Delta-Tedda-M sinkt, die Leistung konstant bleiben soll, muss die Flächen steigen. Also Verflüssiger mit dieser Auslegung werden größer. Dagegen haben wir zunächst erstmal nichts. Und es hat für Sie auch den positiven Nebeneffekt, dass der Anlagenwirkungsgrad steigt, weil sie niedriger verflüssigt wird. Wie verhält es sich beim Verdampfer? Der Verdampfer wird also ähnlich, thermodynamisch gesehen, mit den gleichen Aspekten ausgelegt, nämlich Leistung und Temperaturdifferenz. Wobei an der Stelle die Temperaturdifferenz DT1, die Lufteintrittstemperatur, in den Verdampfer ist, minus der Verdampferstemperatur. Und hier verhält es sich also genauso wie beim Physiker. Sie geben diese Werte in die Berechnungssoftware vor. Und die Berechnungssoftware liefert Ihnen das richtige Gerät mit dem richtigen KMLA-Verhältnis. Die Temperaturdifferenz am Verdampfer hat auch den gleichen Einfluss wie beim Verflüssiger. Großes Delta-T kleinerer Verdampfer, kleines Delta-T großer Verdampfer. Die VDMA-Empfehlung liegt hier bei 7 bis 10 Kelvin. Und jetzt gibt es aber einen entscheidenden Unterschied zum Verflüssiger. Dieses Delta-T, was Sie hier auslegen, hat direkten Einfluss auf die Entfeuchtung des Kühlgutels. Bei einem großen Delta-T entfeuchten Sie mehr, bei einem kleinen Delta-T entfeuchten Sie weniger. Schauen wir uns wieder beispielhaft eine Auslegung für einen Verdampfer an, mit 404a, 0 Grad Verdampferungstemperatur und der hätte jetzt knapp 81 Quadratmeter Fläche. Verglichen mit dem, mit dem selben Gerät mit R449a, hat dann eine Leistung von 27,5 Kilowatt, also 26 Prozent mehr Leistung. Jetzt können Sie sagen, das ist ja super, dann habe ich ja quasi, wenn ich die komplette Anlage projektiere oder verkaufe, dann habe ich ja gar keinen Fehler gemacht, dann wird zwar der Verflüssiger etwas größer, aber alle Verdampfer, die mache ich ja viel kleiner. Dann ist das ja unter dem Strich, kommt das wieder aufs Gleiche raus. Ist aber mitnichten so und ich würde sehr und ganz dringend davon abraten, denn die Entfeuchtungsleistung ist die doppelte mit diesem Gerät mit R449a, wenn Sie den Temperaturkleid nicht beachten. Das heißt, bei einer Anlage mit unverpacktem Kühlgut im NK-Bereich haben Sie da ein massives Problem. Woran liegt es? Da schauen wir uns das zuerst wieder im HALO-B-Diagramm an. Wir befinden uns diesmal hier unten im Verdampferbereich. Unser Beispiel war wieder ursprünglich 404a. Wir suchten einen Verdampfer für ca. 20 Kilowatt Leistung bei 0 Grad Verdampferungstemperatur. Die Verdampferungstemperatur liegt nach NUR auch hier an der Taubungstemperatur. Und der dazugehörige Druck ist bei 404a 5 bar glatt. Die Siettemperatur an dem Punkt würde also minus 0,5 Grad Celsius betragen, sodass der Temperaturkleid bei 404a nach wie vor vernachlässigbar klein ist. Bei 449a haben wir dann aber bereits ein Temperaturkleid von 5,6 Kelvin. Und wie der wirkt, stelle ich jetzt wieder in dem Temperaturort-Diagramm dar, diesmal für den Verdampfer. Rot ist wieder das Kältemittel, blau ist wieder die Luft. Das Einstoffkältemittel tritt also bei 0 Grad Verdampfung ein, wird verdampft. Wenn es komplett verdampft ist, wird es überhitzt. Die Luft wird dementsprechend abgekühlt. Das ist wieder für einen idealen Verdampfer mit einem Einstoffkältemittel, also ohne Druckverlust und ohne Temperaturkleid. Die integrierte Fläche beschreibt wiederum die mittlere Temperaturdifferenz, Delta Theta M. Und der Bezugspunkt liegt hier wieder an der Linie und Rot ist wieder das zu erreichen. Für einen Verdampfer mit Druckverlust ist es jetzt ähnlich so wie beim Verflüssiger, dass auch der Druckverlust uns hier wieder Delta Theta M wegnimmt. Das heißt, die Leistung wird kleiner, Druckverlust bedeutet also auch ein Verdampfer der Leistungsminderung. Und für ein Kältemittel, für ein zeotropes Kältemittelgemisch, schaut es jetzt aber so aus, dass wir nach nur, ist die Taubungtemperatur als Verdampfungstemperatur festgelegt. Wenn Sie mit einem Kältemittel mit Temperaturkleid arbeiten, dann muss also das Kältemittel, da ist sich ja bei der Verdampfung erwärmt, wie eingangs erwähnt, muss mit einer sehr finiten Temperatur in den Verdampfer eintreten. Damit es am Austritt des Verdampfers die Temperatur von 0 Grad erreicht. Das heißt, hier haben wir zusätzlich zu der Fläche, die wir vorher schon hatten, noch diese lila Fläche dazugewonnen. Wir haben also eine viel höhere Leistung, weil uns jetzt diese komplette lilane Fläche zur Verfügung steht. Aber wie Sie sich vorstellen können, ist, wenn das Kältemittel hier an der Stelle ist, Sie verdampfen also tatsächlich mit minus 2 und wollen eigentlich 0, das führt zu einer niedrigeren Oberfläche am Verdampfer und somit zu einer höheren Entfeuchung. Also, kurzes Zwischenfazit. Der Temperaturkleid bei einem Verdampfer erhöht dessen Leistung. Und wenn Sie den Temperaturkleid vernachlässigen, dann könnten Sie Ihre Verdampfer kleiner auswählen. Was aber dazu führt, wegen der niedrigeren Oberflächentemperatur, dass Sie eine massiv gesteigerte Entfeuchtung der Luft in Kauf nehmen, oder die sich dann eben so einstellt. Jetzt ist die Frage, wenn man das jetzt nicht möchte, also wenn man Verflüssiger etwas klarer auswählen können möchte, beziehungsweise mit einem reellen Delta T, so wie Sie das ursprünglich wollten, und wenn Sie die Entfeuchtungsleistung konstant halten wollen, so wie Sie das wollten, was können Sie dann tun? Sie können die Mitteltemperaturmethode anwenden. Und wie die funktioniert, zeige ich Ihnen wieder für Verflüssiger und Verdampfer. Rufen Sie uns kurz dieses Diagramm für den Verflüssiger nochmal in Erinnerung. Dann hatten wir ja gesagt, dass die Taubentemperatur der Bezugspunkt für die Verflüssigungstemperatur und der Temperaturverlauf des Zehntropen-Kälte-Mittel-Gemisches geht jetzt also hier nach unten. Was wir jetzt tun, ist, den Bezugspunkt für die Verflüssigungstemperatur in die Mitte des Zwei-Phasen-Gebietes zu verschieben. Und somit erreichen wir an dieser Stelle hier ein etwas höheres Delta T und an dieser Stelle hier unten ein etwas kleineres Delta T. Im arithmetischen Mittel auch ist das Delta T gleich, und zwar so wie bei einem Einstoffkälte-Mittel. Wir negieren also den Einfluss des Temperaturkleids. Das hat allerdings zur Folge, dass ich ja hier, wenn wir jetzt, also hier waren die 45 Grad, wenn wir die jetzt in die Mitte verschieben, dann muss ich also hier an dem Punkt, also die Taubentemperatur, da wird sich also eine höhere Taubentemperatur einstellen, was dazu führt, dass in dem Bereich der Enthitzungszone wir ebenfalls ein etwas höheres Delta T haben. Das heißt, die Verflüssiger mit dieser Auslegung werden eine geringfügig höhere Leistung haben als mit Einstoffkälten. Im Hallock-Ping-Diagramm schaut es so aus. Wir hatten hier die Taubentemperatur als Verflüssigungstemperatur definiert. Diese verschieben wir jetzt also in die Mitte des Zwei-Phasen-Gebietes. Das heißt, wir verflüssigen auch von der Drucklage her etwas höher. Zu dieser Mitteltemperatur, die jetzt also 45 Grad beträgt, würde sich hier eine neue Taubungstemperatur einstellen, bei 449 A, in dem Fall ziemlich genau 47,22 Grad. Und mit dieser korrigierten Taubungstemperatur können Sie also wieder in die Software gehen und dann wäre das okay. Wenn Sie das tun und legen den Verflüssiger, das ist dasselbe Gerät wie vorhin in dem Beispiel, mit 449 A aus, mit einer Verflüssigungstemperatur am Eintritt, Verflüssigungsbeginn von 47,2 Grad Celsius, dann bekommen Sie also eine Leistung von 10,8 und vorhin hatten wir 10,2. Die 0,6 Kelvin ergeben sich aus dem größeren Delta T in der Enthippungszone. Bei Verdampfern machen wir genau das Gleiche. Wir verschieben also auch hier die Verdampfungstemperatur in die Mitte des Zwei-Phasen-Gebietes. Der Effekt ist also der gleiche. Dieses hellblaue Delta T ist dann genauso groß wie das eines Einstoffkältemittels, weil wir an der Stelle Delta T gewinnen und an dieser Stelle Delta T verlieren. An dem Punkt kann man auch ganz schnell nochmal nachvollziehen, warum das dann mit der Entfeuchtungsleistung passt. Wir sind also hier, verdampfen wir mit minus 1 Grad, hier verdampfen wir mit 0 und hier verdampfen wir mit plus 1 Grad. Also in dem Bereich ist die Entfeuchtung höher, in dem Bereich ist sie niedriger und im Mittel ist sie genauso groß wie sie sein sollte bei einer Auslegung bei 0 Grad Celsius. Auch hier gibt sich dann natürlich eine etwas höhere Taubungtemperatur, was dazu führt, dass uns also Delta T verloren geht im Überhitzungsbereich. Das heißt, die Verdampfer mit der Auslegung haben etwas weniger Leistung, als die mit Einstoffkältemitteln. Im Hallopil-Diagramm schaut es so aus, dass wir hier die Taubungtemperatur verschieben und dann etwas höher verdampfen können. Auch hier ergibt sich eine neue Taubungtemperatur. Beim Verdampfer ergibt sich folgende, naja, ich will nicht sagen Schwierigkeit, aber es ist nicht ganz so einfach wie beim Verflüssiger. Beim Verflüssiger war es ziemlich einfach, wir hatten einfach nur die Taubungtemperatur und die Siebtemperatur, die konnte man einfach durch zwei teilen, dann haben wir genau gewusst, wo wir da im Zweiphasengebiet in der Mitte sind. Beim Verdampfer ist es abhängig davon, wo wir verflüssigen. Also Sie sehen, wenn wir jetzt hier tiefer verflüssigen, dann liegt die Mitteltemperatur also nicht mehr hier, sondern sie liegt dann halt irgendwo hier. Oder Sie fahren große Unterkühlungen. Also wir sind bei der Bestimmung der mittleren Temperatur oder des Punktes der mittleren Temperatur abhängig davon, wie der Austrittszustand des Kältemittels aus dem Verflüssiger ist. Also diesen Punkt zu bestimmen, das wäre sehr iterativ. Ich habe das mal aufgelöst, es würde sich also eine korrigierte Verdampungstemeratur von 1,9 Kelvin einstellen. Wenn Sie diese Auslegung machen, dann bekommen Sie die 20 kW Leistung, die ist etwas geringer als die mit 404 A. Aber viel wichtiger an der Stelle, die Kondensatleistung, die Sie also aus dem Kühlraum abführen, die ist jetzt wieder genauso groß. Mit der Auslegung können Sie also unverpackte MK-Ware genauso gut lagern bei der gleichen Feuchte wie mit 404 A oder einem Einstoffkält. So, jetzt ist die Frage, wie wird das jetzt eigentlich gemacht mit der Mitteltemperatur tatsächlich? Wie sollen Sie das machen oder wie können Sie das überhaupt bewerkstelligen in Ihrem Alltag? Ich sage mal, wenn Sie ganz gut drauf sind, dann lösen Sie das Zeichnerisch mit einem HDP-Diagramm, sofern Ihnen HDP-Diagramme vorliegen für die neue Kältebildgemische 448, 449, 513, wie es auch immer alle heißen. Dann können Sie das grafisch lösen, so wie ich das schematisch gerade getan habe. Sie können aber auch zurückgreifen auf Umrechnungstabellen. Diese gibt es für viele Kältemittel, beispielsweise habe ich mal hier eine dargestellt für 449 A. Sie finden dann hier in den Spalten die gewünschte mittlere Kondensationstemperatur aufgeführt und dann immer rechts daneben in der Spalte die korrigierte Taubpunkttemperatur. Beim Verflüssiger ist das relativ einfach. Sie gehen dann da einfach rein in diese Tabelle, schauen, okay, wir wollten die mittlere Kondensationstemperatur in unserem Beispiel von 45 Grad Celsius und lesen dann hier ab, aha, meine Taubpunkttemperatur beträgt 47,22. Mit dieser korrigierten Taubpunkttemperatur gehen Sie dann also wieder in die Ausweisaufgabe rein, die nämlich hier nur nach Taubpunkt berechnen kann und erhalten das richtige Ergebnis. Beim Verdampfer, hatte ich gesagt, sind wir darauf angewiesen, wo oder wie der Austrittszustand des Kältemittels nach und verflüssiger ist. Das heißt, hier ist die Tabelle ein bisschen komplexer. Wir finden hier wieder 449 A und allerdings auch eine Verflüssigungstemperatur von 45 Grad Celsius, weil davon sind wir abhängig. Zusätzlich brauchen wir also, spielt die Unterkühlung noch eine Rolle. Also hier sind aufgetragen die Unterkühlungen in den Kälmen. In dem Fall will ich es mal bei 0 Kelvin unter Kühlung belassen. Und aus dieser Spalte suchen Sie sich wieder raus die gewünschte mittlere Temperatur, die Sie wollten, in unserem Fall 0 Grad Verdampfung, und finden dann hier im Schnittpunkt, wenn Sie ihn sehen können, die Temperatur 1,94 Grad Celsius. Und mit dieser korrigierten Taubpunkttemperatur können Sie also wieder in die Software reingehen und dann liefert Ihnen die Software wieder das richtige Ergebnis. Das können Sie machen, sofern Ihnen diese Umrechnungstabellen zur Verfügung stehen. Das bedingt aber, dass Sie dann eine Software haben, die mit den thermophysikalischen Daten dieser Kältemittel rechnet. Also das sind nur Umrechnungsfaktoren für die Taubpunkttemperatur. Also wenn Sie dann mit dieser Taubpunkttemperatur rechnen für 404 A, dann bringt Ihnen das also auch nichts. In der Zwischenzeit habe ich aber eine Software finden können, die Ihnen das Leben wesentlich einfacher gestaltet. Es ist ein Berechnungsprogramm, was also Stoffdaten, thermophysikalisch korrekte Stoffdaten der Kältemittelhersteller halt enthält, und zwar für mehr als 40 Kältemittel, unter anderem 449 A, 448 A und alle anderen der neuen Kältemittelgebüche, die Sie sich so vorstellen können. Dieses Programm rechnet somit mit den thermophysikalischen Daten, thermodynamisch korrekt. Es ist kostenlos und ohne Registrierung nutzbar, in 16 Sprachen verfügbar, was dazu führt, dass es weltweit eingesetzt wird und bei allen Nutzern höchste Kundenzufriedenheit erreicht. Und das ist jetzt ein Zitat, und das stammt nicht von mir, dieses Programm wird als der Goldstandort bei der Auslesungs- und Währmeübertragung bezeichnet. Und dieses Programm heißt Gündner Product Calculator 2015. Ich würde Ihnen also dringend anwarten, sich dieses Programm zu besorgen, falls Sie es ohnehin noch nicht installiert haben. Wenn Sie es installiert haben, dann kann ich Ihnen eine freudige Nachricht überbringen und möchte mich auch wirklich nochmal bei unserem Software-Team bedanken, das also dafür sorgt, dass dieses Programm in dieser Qualität Ihnen allen zur Verfügung steht. Der GBC wird ab nächster Woche ein Update erhalten, mit dem Sie neben der Taubungstemperatur umschalten können auf die Berechnung mit Mitteltemperatur. Das heißt, wenn Sie ab nächster Woche einen Verdampfer auslegen wollen mit dem Gündner Product Calculator für 449 A, dann können Sie wählen, ob diese Verdampungstemperatur die Taubungstemperatur sein soll oder die mittlere Verdampungstemperatur. Der Gündner Product Calculator rechnet dann automatisch auch die Kondensationstemperatur in eine mittlere Kondensationstemperatur um. Also Sie geben einfach nur noch ein, was Sie wollen und der GBC kümmert sich um den Rest. Was Sie dann erhalten, ist also ein Datenblatt mit dieser Berechnung. An der Stelle gibt es dann Unterschiede. Wir hatten vorhin immer stehen, auf dem Datenblatt Verflüssigungsbeginn oder Verdampfungsende, also Taubungstemperatur. Wenn Sie hier auf Mitteltemperatur umstellen, dann steht da auch Mitteltemperatur, damit Sie wissen, auch was Sie da ausgelegt haben. Und die Verflüssigungstemperatur wird, wie gesagt, auch automatisch korrigiert. Soviel zur Mitteltemperaturmethode. Ich glaube jetzt, oder ich bin am Ende meiner Präsentation, ich hoffe, dass ich ein bisschen Zeiträdereien holen konnte, aber ich hoffe, dass ich Ihnen gleichzeitig auch vermitteln konnte, dass dieser Aufwand, den wir da betreiben und dieses Know-how und den Aufwand, den wir in unsere Software stecken, ein Teil dafür ist, dass Sie zusammen mit Güntner, dass Ihnen jedes Mittel recht sein kann. Vielen Dank. Applaus Wenn Sie Fragen haben, jetzt, oder sonst jederzeit noch, heute. Ich bin da. Ja, ich habe eine Frage. CO-Trope-Gemischung werden ja von den Herstellern als Drop-In-Lösung für R404A-Anlagen angeboten. Wenn Sie jetzt Betreiber von solchen Anlagen wären mit R404A, würden Sie die Anlagen aus technischer Sicht umstellen? Sie können sie umstellen, was ich jetzt hier in dem Vortrag ja nicht betrachtet habe. Also das war jetzt quasi die Auslegung der Wärmeübertrager für neue Anlagen und Sie haben völlig recht, man müsste jetzt also diesen Drop-In-Fall, den müsste man jetzt also mal separat betrachten. Ich hatte solche Gespräche und ich werde das auch mal ausarbeiten dann in Zukunft. Also dann verhalten sich natürlich die Wärmeübertrager halt anders. Man müsste das in der Pause noch mal klären, weil die Zusammenhänge, die sind halt wirklich sehr komplex. Also ich glaube, das jetzt so darzustellen, ohne dass ich vorbereitet bin und auch keinen Flipchart habe oder so, um was aufzeichnen zu können, ist komplex. Aber um es vielleicht einfach zu machen, wenn Sie ungelegten Verdichter haben, dann wird es schwer, weil dann haben Sie automatisch die Feuchtung und Glühwein. Und der Verflüssige wird die Leistung gewonnen bringen. Also dann haben Sie ein Problem. Beantwortet ist die Frage? Ja. Danke. So, hallo. Ich höre es nicht. Ich habe es gehört. Eine Frage habe ich und zwar die GWP-Werte. Wo haben Sie die herbezogen? Die sind dann... Ich bilde mir ein, ich habe nur für 410 Jahre das im Kopf und ich habe einen anderen Wert im Kopf als den, den ich gerade gesehen habe auf der Tafel. Deswegen würde es mich interessieren, ob es schon wieder neue gibt. Nein. Es wurden ja schon einiges geändert an den Werten. Die, ich habe, also die mittleren GWPs, das sind ja, ne, GWP oder? Kleine. GWPs. Nee, die sind aus dem letzten Amendment. Also, ich habe die einfach nur übernommen. Okay. Dankeschön. Ja. Noch weitere Fragen? Okay. Herzlichen Dank, Herr Freyherr. Danke. Applaus Vielen Dank, Herr Freyherr. Vielen Dank, Herr Freyherr. Vielen Dank, Herr Freyherr. Vielen Dank, Herr Freyherr. Vielen Dank, Herr Freyherr.